Ja, was ist mit dir? Habt's ihr Gejones oder nicht? Das geht so nicht. ... zerstört hat, mutwillig niedergetreten hat, Gewalt ausgehobt hat, Gewalt gegen Plakatständer und Plakate, die sie nicht wehren können. Wer braucht Kärnten? Wie? Wer braucht Kärnten? Entschuldigung, was braucht Kärnten? So was braucht Kärnten? Da gibt es doch diesen schönen Satz, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, oder? Sind Sie ein Fan oder einfach nur so da? Ein Fan. Ein Fan der FPÖ? Ja. Wie ist das bei Ihnen? Ich bin überzeugt, der ÖVP-Ler. Ein FPÖ-Ler. HC Strache und ich haben auch schon gemeinsam eine Zigarette geraucht. Unser Vizekanzler, HC Strache! Wir sind ja kooperativ bei Geldwäsche. Frau Gesundheitsministerin, was ist mit Ihnen? Sie sind für die Gesundheit verantwortlich der Menschen. Dann frage ich mich, ist das ein Selbstfesselungsverein dieser Regierung? Ist das ein Bondage-Club oder was ist mit euch? Letztlich ist das Leben wahnsinnig ungesund. Und es führt immer zum Tod. Und man kann natürlich viel tun, um gesund zu bleiben. Nur das macht halt null Spaß. Unsere Bundesregierung ist auf dem besten Weg, alle Maßnahmen zu setzen, dass langfristig wieder ein leistbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Ich ersuche alle. Alle Abgeordneten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ORF 2 beendet nun die Live-Übertragung aus dem Nationalrat. Hier kommt jetzt eine weitere Folge von Sturm der Liebe. Auf Wiedersehen. textbook aber noch clerk, wo du schon mal verstärkt. Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020